Achtung Zugbetrieb! Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Gleis 2 Einfahrt IC 24 31 nach Cottbus über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 16 Uhr 32. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RB 40 nach Burg bei Magdeburg über Magdeburg. Abfahrt 16 Uhr 46 von Gleis 2.